Zünfte, Experten, Institutionen, Konzerne, Abhängigkeiten. Der Mensch in einem neuen Feudalismus. Oder befinden wir uns als Menschheit in einem neuen Feudalismus? Eine sehr provokative, steile These. Herrscht so etwas wie neuer Feudalismus oder können wir das nicht sagen? Also mir geht es ja bei den Titeln immer darum, etwas anzusprechen, was durchaus Brisanz hat. Wo man sagt, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht oder ich habe schon drüber nachgedacht. Aber es ist ganz gut, dass das jetzt nochmal kommt, weil mich daran erinnert, dass ich da einfach mal weiterdenken muss und mir geht es immer wieder um das Denken. Deswegen sage ich Zünfte. Zünfte ist ein Begriff aus dem Handwerk, eher aus dem alten Handwerk. Da gibt es die Zünfte, was weiß ich, der Bierbrauer und die Zünfte der so und so. Dann die Experten natürlich in der heutigen Zeit. Wir leben sehr in einer Expertenbestimmtenzeit, wo Experten zu Rate gezogen werden. Und sei es nur in so einer profanen Serie wie Bares sucht Rares, wo man sagt, naja, ist das wertvoll jetzt als Antiquität oder nicht? Und wir glauben diesen Experten und sind vollkommen beeindruckt, vor allem vor laufender Kamera heutzutage. Natürlich Institutionen wie Regierungen, wie aber auch Non-Government-Organizations. Irgendeine Institution, die glaubt, etwas zu sagen oder die tatsächlich auch die Macht hat, etwas zu sagen. Natürlich Konzerne. Ich betone Konzerne. Und nicht den Mittelstand einer Wirtschaft. Also Internetkonzerne sind ein schönes Beispiel dafür. Und die daraus resultierenden, möglichen, tatsächlich vorhandenen oder vielleicht weniger vorhandenen Abhängigkeiten. Und damit eben der Mensch in einem neuen Feudalismus. Also nochmal zum Titel Zünfte, Experten, Institutionen, Konzerne, Abhängigkeiten. Der Mensch im neuen Feudalismus. Ich nehme diesen Ausdruck von dem griechischen Politiker Varoufakis. Varoufakis war ja mal eine ganze Zeit lang, vor einigen Jahren, wo es um die Schulden von Griechenland ging und wie man mit diesen Schulden umgeht. Und es ist interessant, wenn man das so damals gesehen hat und wenn man die heutige Zeit mit ihren Schulden sieht, ihren Staatsverschuldungen, ist das nochmal eine schöne Gegenüberstellung. Aber ich finde es sehr interessant, dass Varoufakis tatsächlich provokativ, durchaus auch provokativ gemeint, die These aufstellt oder immer wieder behauptet, wir würden in einem neuen Feudalismus leben. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist interessant. Also wirklich mal sowas zu nehmen und zu sagen, ja, ist das dann, ist das möglich? Ist es tatsächlich so? Nee, Feudalismus haben wir schon lange abgeschafft. Feudalherren gibt es nicht, die von Titel wurden abgeschafft oder sind noch da. Es gibt nur noch die Queen und so ein paar harmlose Gestalten, die eher für die Boulevardpresse interessant sind. Aber Feudalismus existiert nicht. Was ist denn Feudalismus auch? Feudalismus ist, wenn ich tatsächlich die Macht habe als Herrscher, als Graf, als Herzog, als Fürstbischof, die gab es ja auch eine Zeit lang, also das Geistliche, die Kirche, die katholische Kirche und gleichzeitig der Feudalismus. Also die waren dann gleichzeitig Herrscher auf ihrem Landgut. Und diese ganzen Dukes und all das, was es so gibt, die eben mehr oder minder das Sagen haben. Und du bist abhängig von Herrn Graf und von Frau Graf und Gräfin und dem Herzog und dem König, natürlich dem Kaiser und all diesen Geschichten. Das war Feudalismus. Also die Herren und manchmal auch Damen, die bestimmten, wo es lang ging und die nach Gutdünken eben auch gewaltet und geschaltet haben und aufgehängt haben und Gott weiß, dass Recht gesprochen haben, aber auch geheilt haben. Auf der anderen Seite, es war ja nicht immer negativ. Das, um mal so profan zu sagen, ist eben in dem Sinne Feudalismus. Und Varoufakis sagt tatsächlich, wir leben in einer Zeit des neuen, sagen wir mal kapitalistisch orientierten, rein wirtschaftsorientierten Feudalismus. Und da hat er vielleicht nicht Unrecht oder vielleicht hat er Unrecht, wir wissen es nicht. Ich will es nur mal so hinstellen, es geht ja immer wieder um die Abwägung der Dinge. Die Frage, die sich gleich zu Anfang zentralerweise stellt, ist, werden wir bestimmt? Von wem werden wir bestimmt? Natürlich werden wir bestimmt. Wir werden regiert, schon von der Kommune, vom Bürgermeister, Frau Bürgermeisterin, Oberbürgermeister, vom Landkreis, vom Landrat, vom Regierungspräsidenten, wenn ich jetzt an die unseligen Heilpraktikerüberprüfungen denke, die einerseits unselig sind, auf der anderen Seite aber auch selig sind durchaus. Wir haben beides in sich. Wir werden bestimmt vom Land, wir haben das bei der Corona-Pandemie gesehen, welche Länderhoheiten im Föderalismus existieren. Und wir leben in einem föderalen Staat, das heißt also mit sehr unterschiedlichen Institutionen, nicht zu verwechseln mit dem Begriff Feudalismus. Und natürlich die Bundesregierung. Das heißt, wir werden jeden Tag bestimmt in der Verwaltung, in der positiv gestimmten oder bestimmten Verwaltung, wie auch negativ, Polizei und Ordnung und all das, was es so gibt. Insofern werden wir tatsächlich bestimmt und wir müssen wahrscheinlich auch bestimmt werden. Oder stellen wir hier die Frage, müssen wir immer bestimmt werden? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und insofern wäre ich mir persönlich, oder ich bin mir persönlich darüber im Klaren geworden, dass sämtliche Volksentscheide, die man so bringen könnte, durchaus sehr problematisch sind. Wenn es nicht bestimmte Institutionen und Kreise gibt, damit Experten, Menschen, die sich damit beschäftigen, sehr professionell beschäftigen, dann wäre Chaos, dann wäre möglicherweise Anarchie. Anarchie. Also insofern können wir auf jeden Fall sagen, wir werden bestimmt und wir müssen bestimmt werden, damit ein Land, eine Gesellschaft, eine Kultur, ein soziales Miteinander reguliert werden kann. Bis hin eben zu den unabhängigen Gerichtsinstitutionen, die es gibt. Aber wie ist denn das mit dem Deep State? Es gibt ja so ein paar Typen auch im Internet oder Leute, Menschen im Internet, die sagen, also auch durchaus gewisse Experten, die sagen, wir sind eigentlich bestimmt durch ein Deep State. Das heißt, es gibt bestimmte Clans, es gibt bestimmte herausragende Wirtschaftsgestalten und Macher, Macherinnen, die uns bestimmen und letztendlich das Sagen in der Politik haben. Ich würde sagen, das existiert nicht. Das geht also sicherlich in Richtung Verschwörungstheorien. Und Verschwörungstheorien sind wieder sehr in geworden in der heutigen Zeit und damit auch sehr problematisch. Aber was es auf jeden Fall gibt, ist Lobby. Und bei der Lobby, es gibt eine Lobbywandelhalle oder das immer wieder, egal, weltweit verteilt. Lobby bedeutet einfach, es gibt Gruppierungen, die sich zusammengeschlossen haben. Also Unternehmen, Makler, aber auch die Lobby der Behinderten oder der wie auch immer gearteten Menschen, die sich zusammengeschlossen haben und in diesem Parteienzusammenschluss im weitesten Sinne eine Lobby schaffen und sagen, so hier, das möchten wir hier in der Regierung vertreten haben. Liebe SPD, liebe CDU, liebe Grüne und so weiter und so weiter bis hin zu Gott weiß wem in der Partei. Das heißt also, diejenigen, die tatsächlich ein regierungsbestimmendes Machen haben, werden natürlich auch von der Lobby eingenommen. Das heißt also, die Interessensgruppierungen, die es gibt in einer pluralistischen Demokratie, sind sehr wichtig, damit sie ihre Interessen gewahrt haben. Dieses Beispiel Heilpraktiker wäre ein gutes Beispiel. Meines Erachtens fehlt politisch für die Heilpraktikerschaft eine starke Lobby, die sie nicht haben, weil sie alle vereinzelt sind und weil sie alle von Gesundheitsämtern gnadenabhängig sind oder Gott weiß, das nur mal so ein bisschen angedacht in der Form. Aber Lobby, da kommt man vielleicht auf die Ideen und sagt, Lobby abschaffen, darf es nicht mehr geben, sind so einseitige Lobbyinteressen. Da geht es ja nur um Wirtschaftsinteressen, um einseitige oder um dieses berühmte Argument, das bei der SPD natürlich interessant ist, die Rechte der Arbeitnehmer. Wir müssen Arbeit erhalten, Arbeit muss für alle da sein, was natürlich wichtig ist. Aber dann zu sagen, also das ist vielleicht eine Einseitigkeit in manchen Hinsicht, wenn wir jetzt an Braunkohleabbau denken und an solche Geschichten oder ich muss Industrie aufrechterhalten, die eigentlich gar nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, die also im Wettbewerb normalerweise untergegangen wird, bis hin eben zu Staatseingriffen, wo man Unternehmen rettet. Das ist problematisch dann derartig und so weiter, aber alles Lobby. Lobby ist ja nichts weiter als eine Erweiterung der vielen, vielen Interessen oder Interessensmöglichkeiten, die es in einem Staat gibt. Ein Problem, das eventuell ein Problem sein könnte, wir wissen es nicht, also ich möchte es hier nur zur Diskussion stellen immer wieder, sind Experten und Expertisen. Wir leben in einer tatsächlich durch Experten bestimmte Zeit. Also Experten sind ausgewiesene Fach, Menschen, Fachleute auf einem Gebiet, was auch immer das ist, ob das Virologie ist, ob das Diamantenkunde ist, ob das Hundehaltung ist oder Gott weiß was. Es gibt immer wieder herausragende Köpfe von Menschen, männlich und weiblich, die sich als Experten erwiesen haben und die eine Referenz haben, eine Reputation haben als Experten, von dem man einigermaßen mit Fug und Recht sagen kann, oh, der ist jetzt wirklich hier ein ausgewiesener Fachkundemensch, der sich da auskennt in diesem Bereich und dem trauen wir, weil uns bleibt auch nichts anderes übrig, als Expertenrat zu holen, weil Experten sind eben spezialisiert auf das jeweilige Fachgebiet, das sie haben. Aber die Frage stellt sich trotzdem, sind dann diese Experten tatsächlich auch die ausgewiesenen Experten, die es gibt oder gibt es auch andere Experten oder hat man andere Experten überhaupt übersehen oder nicht übernommen oder wurden sie nicht hineingewählt in das Gremium und in all das, also wer wird da hineingewählt und wer hat das Recht darauf und wer nicht und warum hat er das Recht und warum eben nicht das Recht. Was macht also, und das ist mir wichtiger, diese philosophische Frage, einen Mensch zum Experten und damit zu demjenigen, der eben Expertisen macht und wer ist eben kein Experte? Wenn ich gestern so ein Audio gemacht habe, jeder Mensch ist ein Künstler, Joseph Beuys diese Aussage, natürlich ist jeder Mensch auch ein Künstler und Experten würden sagen, nicht jeder Mensch ist ein Künstler. Wir werden nur diejenigen als Künstler anerkennen, die das und das haben. Da ist dann sehr schnell die Frage, was ist dann Kunst? Kunst ist alles Mögliche und Kunst wird verkauft, also die hast du, es gibt Bilder, um Beispiele zu nennen, die hast du in zwei Stunden gemacht und dann lässt du den Rahmen drumherum machen von einem Rahmenladen und verkaufst die, wenn du anerkannt bist als Künstler für 30.000 Euro. Also diese Beispiele hat es immer wieder gegeben und was macht dann eben Kunst aus und nicht in der Kunst oder im Kunstbegriff sehen wir diese Relativität oder was macht eine gute Literatur aus oder was macht ein gutes Gedicht aus? Das können Experten nur bedingt bestimmen. Sie können darauf hinweisen, sie können sich mit dem Stoff auseinandersetzen, aber es ist in dem Sinne keine anerkennenswerte Expertise, also in dem Sinne, jeder ist ein Künstler, jeder trägt etwas bei in seinem Leben und sei es in Form von Arbeit oder Gott weiß was und damit ist das eben offen. Also wir müssen diese Expertenkultur, die wir haben, das möchte ich damit sagen, immer wieder auch überdenken und sagen, warum denn diese Experten, warum nicht jene? Und das Gleiche ist eben, ich sagte es schon, mit Regierung oder Internetkonzern. Natürlich ist es so, dass uns Internetkonzerne bestimmen mittlerweile, dass ein Google, auf dem du hier gerade zuhörst, tatsächlich bestimmt, wo es lang geht in YouTube und natürlich eine große Freiheit reinlässt, aber eben auch große Werbemöglichkeiten und damit Abhängigkeiten erzeugt, deren wir uns in der Regel gar nicht bewusst sind. Und Regierungen tun das natürlicherweise, weil es ihr Job ist als Regierung. Sie tun das dem im positiven Sinne, im pluralistischen Sinne, im demokratischen Sinne oder weniger im demokratischen Sinne und in ihrem Sinne. Also die Frage, die sich immer wieder stellt, werden wir tatsächlich von wenigen dieser angesprochenen Begriffe, also Möglichkeiten, Experteninstitutionen, Konzerne, Abhängigkeiten, Zünfte bestimmt oder eben nicht? Und wie ist die Bestimmung und wie weit geht diese Bestimmung und wie weit geht dieser Einfluss, den diese Gremien haben, wenn ich es mal als Gremium bezeichne? Ich möchte mal ein Beispiel bringen, ich hatte Kunst erwähnt, gerade der Beltracchi, ein ziemlich bekannter Kunstfälscher, der eben vor einiger Zeit, ich glaube vor zehn Jahren oder so, da entlarvt wurde und auch verurteilt wurde dafür, hat Kunst gefälscht, nicht in dem Sinne, dass er Bilder nachgemalt hat von berühmten Künstlern, sondern einfach die Unterschrift als Urkundenfälschung gefälscht hat. Und der hat im Grunde genommen doch die Kunstexpertenwelt wahnsinnig vorgeführt. Alle möglichen Expertisen haben gesagt, ja das ist von dem und das ist toll, dass der auch solche Bilder noch gemalt hat, die verschollen waren, jetzt aufgetaucht sind und wie das so ist mit Kunst und überhaupt auch dem ganzen Historienmaterial, das mal untergegangen ist und dann wieder auftaucht und so weiter. Und diese Experten haben dann bestimmt, ja das ist so, das ist gut so, das ist richtig so, bis der Beltracchi irgendwann mal einen Fehler gemacht hat und mit seinem Titanenweiß auf die Schnauze gefallen ist, weil es eben das vor 50 Jahren nicht gab oder 80 Jahren und damit eben gemacht hat. Aber er hat als Narr, ich bezeichne ihn mal als Narr, diese ganze Kunstexpertenwelt vorgeführt. Da geht es nur um Geld, da geht es nur um hohe Summen, da geht es eben um verschollene Künstler, die hochgelobt werden und die Riesenpreise erzeugen letztendlich auch nichts weiter als Bitcoins oder dem, was man einem Wert zugibt. Und insofern hat er schön gezeigt, was Experten wert sind und was nicht, was Wahrheit ist und was nicht. Nur ist Kunst dabei eben, wie gesagt, ein großer Bereich, wo man sowieso sehr, sehr unterschiedlicher Auffassung sein kann. Aber ich nehme ein aktuelles Beispiel, die Corona-Experten. Wer sind die Corona-Experten? Und den Fehler, den jetzt mittlerweile auch Regierungen oder bestimmte Institutionen einsetzen, sie sagen, wir können nicht nur die Virologen hören, sondern wir müssen die Pädagogen hören, wir müssen andere Menschen hören. Also all das, was gesellschaftlich relevant ist bei einem so starken Eingriff wie einem institutionellen Regierungseingriff bezüglich einer solchen Pandemie. Da können wir nicht nur den einseitigen Experten der Virologen Rechnung tragen. Die sind viel zu stahllastig, also in ihrem Bereich drin. Die machen vielleicht eine gute Arbeit oder machen das ganz sicherlich, sonst wären sie ja nicht diese Experten in der Art. Aber es reicht nicht. Wir brauchen mehr Experten. Ich will damit sagen, dass Expertisen eben nicht einseitig sein dürfen und können, sondern dass das Expertentum, wenn wir überhaupt von Expertentum noch weiter sprechen wollen, wesentlich mehr ausgebreitet werden muss. Bis eben zu dem Satz, wenn wir das analog nehmen von dieser Aussage von Joseph Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler und ich denke, die meisten werden hier geneigt sein, dem zuzustimmen, zu sagen, natürlich auch, klar, weil Kunst, wenn du dich ein bisschen auskennst, ist alles möglich und alles Mögliche wird als Kunst verkauft. Und Hauptsache ist es eben da. Aber wer eben das bestimmt, das ist eben dann eine Lobby vielleicht von Galeristen oder ein Zufallsgenerator oder Gott weiß was. Also wir müssen das ausweiten. Also der Begriff der Expertise kann nicht mehr so einseitig bestimmt werden wie vielleicht jetzt noch, sondern es gibt mehr Experten. Es gibt Schattenexperten. Es gibt Experten, die gar nicht wahrgenommen worden sind und so weiter und ein Pluralismus. Und damit Demokratie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie alles wahrnimmt, was eben möglich ist und nicht nur Einseitigkeiten hat. Ich nehme ein anderes Beispiel, die sogenannten Ernährungsexperten. Jeden Tag, fast jeden Tag, höre ich neue Hinweise. Jetzt gerade wieder von einem Arzt gehört auch vor ein paar Tagen, der sagt, mach das und so und so. Und es sind nur die drei Sachen, die vier Sachen, die sind wichtig und dann lebst du gut und ist alles in Ordnung. Also typische Ernährungsexpertise oder die anderen sagen nur rote Früchte oder nur diese Acht-Stunden-Diäten. Also bei Ernährung ist ein schönes Beispiel, dass man alles Mögliche behaupten kann und es dreht sich jeden Tag wieder anders. Also es gibt tausend Ernährungsexpertisen. Und die Frage ist natürlich dann für den Menschen, welcher traue ich? Letztendlich dann deiner eigenen, nämlich deiner somatischen Intelligenz zu sagen, wenn man nach Fleisch zumute ist, fresse ich Fleisch und ansonsten lasse ich sein. Aber ich tue nicht immer das Gleiche. Also Ernährungsexperten, um bei dem Thema nochmal zu bleiben, gibt es wie Sand am Meer. Und überall und jeder in Kultur anders. Also das würde jemand in Sri Lanka nochmal anders erzählen als in Indonesien oder jemand in Russland nochmal anders als bei McDonalds in Arizona. Wir könnten zahllose andere Beispiele nehmen, was sogenannte Experten eben können, was sie nicht können, wo sie begrenzt sind, wo man zu wenig Experten hat, wo man es erweitern müsste, was wie gesagt durchaus eine starke Herausforderung darstellt, nicht nur von wenigen bestimmen zu lassen. Der ist herausragend, der ist magna cum laude und der hat sich ausgezeichnet. Was bedeutet dann auch schon eine reine Auszeichnung, jemanden zum alleinsagenden Experten werden zu lassen? Ausgesprochen schwierig. Und insofern tatsächlich die Frage, kann es überhaupt Experten geben oder sind die nicht alle mitverantwortlich in dem Rahmen? Nehmen wir ein anderes Beispiel, die Zünfte. Die waren also bei den alten Handwerkern sehr beliebt, weil die natürlich keine Konkurrenten haben wollen und bestimmt haben, wer da reinkommt in die Zukunft und nicht. Also Meisterhandwerksgeschichten ist auch ein schönes Beispiel. Vor einigen Jahren und ich glaube vor anderthalb Jahrzehnten, schon länger her, hat man eben für Reparaturen, für Sanierungsarbeiten diese Meisterpflicht freigegeben, gesagt, natürlich brauchen wir andere Handwerker. Und heute stehen wir so da, dass wir überhaupt ringend Arbeitskräfte suchen, damit überhaupt die Sanierung stattfinden kann, der Bau oder das Handwerk stattfinden kann. Und man nicht nur auf den Meistertitel als Zunft schielen kann, sondern das freigegeben hat. Auch übrigens im Sinne des freien Wettbewerbs, den wir ja in der Wirtschaft ganz stark proklamieren. Aber die Zünfte oder sogenannte Zünfte bei den Taxis gibt es immer noch. Also zu sagen hier Taxizunft wehrt sich gegen Uber und Co. und Gott weiß was, ist ein reines Zunftdenken und damit ein Lobbydenken und damit ein Preishalten denken, ein Preisbestimmen denken und das ist wettbewerbsverzerrend. Und insofern hier auch dieser Hinweis, Wettbewerb versus Experten, ein Widerspruch oder welche Zusammenhänge bestehen da zwischen Wettbewerb in einem freien Wettbewerbssystem, einer freien Wirtschaft und sogenannten Experten, die sagen, was geht und was nicht geht. Ein durchaus Widerspruch. Wenn wir die tägliche Warenwelt sehen, die wir durchaus im Wettbewerb haben, auch wenn es ein krasser Wettbewerb ist wie bei Discountern, dann ist es doch ganz anders gelagert als in manchen Expertenwelten, die sagen, nur wir bestimmen das, was da ist. Also der Hinweis, das könnte eine krasse Wettbewerbsverzerrung sein. Und insofern können wir geneigt sein, wenn wir dieses Wenige sehen, das ist ja wenig Experten, Regierungssysteme und so weiter oder eben Wirtschaftssysteme oder eben dieses Phänomen der globalen Konzerne, die global operieren, könnten wir tatsächlich geneigt sein zu sagen, das ist ein neuer Feudalismus, ohne jetzt Verschwörungstheoretiker zu sein. Es hat mit Verschwörungen herzlich wenig zu tun, sondern das sind einfach einseitige Machtverhältnisse, die sich möglicherweise hier immer weiter angehäuft haben. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie ist das in dem Zusammenhang, wenn wir Regierungen angesprochen haben und wir haben es natürlich eher von Seiten der Demokratie gesehen und wir übersehen dann möglicherweise China mit einem Xi Jinping, der unheimliche Macht hat, so wie vormals Mao Zedong und die auch ausübt. Da kann man natürlich sich dann sagen, ja, ist das vielleicht nicht vorteilhaft oder ist nicht vorteilhaft. Wir im Westen würden eher sagen, Demokratie um Gottes Willen, das ist ja schrecklich, dass wir einen Personenkult haben, der das bestimmt und damit tatsächlich mitten im Feudalismus im 21. Jahrhundert angekommen ist, in einem Riesenland mit 1,5 Milliarden Menschen, annähernd zwei so ungefähr. Also ein großes Land, das tatsächlich feudalistisch regiert wird. Ich will gar nicht von anderen Regierungen sprechen. Und insofern die Frage auch sich stellt hier zum Ende dieses Audios zu. Gibt es überhaupt noch Pluralismus? Und kann man auch Pluralismus aufrechterhalten? Ist das eine große Herausforderung weiterhin? Oder wie gehen wir damit um? Und damit sind wir bei dem Thema Meinungshoheiten. Was bedeutet Meinungshoheit? Wer hat die Meinungshoheit? Wer versucht eben einseitig eine Meinungshoheit zu bestimmen, zu sagen, nur wir sind diejenigen, die das vertreten können und wir haben das Richtige. Wir sind eben die Experten und wir sagen, wo es richtigerweise entlang geht. Und damit sind wir schlussendlich beim Thema Machtstreben und Machterhaltung angekommen. Menschen sind ganz klare Machtwesen. Egal wer die Macht ausübt. Es gibt eine weibliche Macht, es gibt eine männliche Macht, es gibt die Macht der Despoten, es gibt die Macht der Liebe. Also Macht ist einfach ein grundlegendes Phänomen der Spezies oder überhaupt auch im Tierreich vorhanden. Was ist machtvoll? Und die wird mit Macht umgegangen. Und insofern ist das immer wieder eine klare Herausforderung. Und dann ist vielleicht der Begriff Pluralismus in dem Sinne ein frommer Spruch, der so nicht stimmt und der uns irgendwann mal vielleicht vorgemacht wurde. Und wir sind drauf reingefallen. Ich weiß es nicht. Und wir tun das so. Und in Wirklichkeit werden wir anders regiert. Und das ist ja auch in Ordnung. Oder wir werden eben bestimmt durch die Zünfte, durch die Experten, durch die Institutionen, durch die Konzerne, durch die Abhängigkeiten dadurch. Und insofern ist der Mensch vielleicht immer im Feudalismus geblieben. Oder es ist wieder ein neuer Feudalismus entstanden. Oder wir entwickeln Demokratie wieder in andere Richtungen. Oder gibt es das alles noch? Also das ist ja, wenn das etwas veranlasst hat, falls du überhaupt zugehört hast bis zu diesem Punkt hier, dann finde ich das interessant, sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Und ich bin ein großer Vertreter, dass man sich mal mit dem Thema abgibt, mit jenem Thema abgibt. Ich halte sehr viel von sehr unterschiedlichen Denkvorgängen und Denkprozessen gemeinsam oder alleine, damit man in Gang kommt und sich überlegt, was ist denn überhaupt los oder wie könnte das sein und sich dadurch eben bewegt, denkend durch die Welt bewegt.